ich sollte mir jetzt nicht normal machen weil besser kann es ja nicht mehr werden besser wird es nicht mehr immer was soll ist dritte runde da wird getanzt die waffen bringen nicht viel wenn wir sie mitnehmen zumindest starte ich am anfang erst mal ohne waffe rein ich da was falsch oder okay kann man was zerstören mit angst und dann wahrscheinlich wieder keine sachen keine waffen ich hab jetzt wieder nur die axt das mal springen wir hier raus und versuchen wieder zurückkommen abhauen punktfestung schlimm was er landen ist der andere mit kämpfern ok ja mal schon bohren schmeine anfang mal etwas womit man sich potenziell verteidigen kann meine blaue waffe selten ist schon mehr wert ist der grüne bogen gewöhnlich okay mit meinem bogen hier er hat schon erschossen verdammt da wäre eine seltene waffe noch eine seltene waffe aber und ich kämpfe ich sollte nicht unbedingt kämpfen vor allem nicht mit einem bogen gegen eine waffe nein storm brotts zusammen entkommen es läuft schon schlecht für mich ich werde gleich erschossen teilung habe ich auch nicht nein es läuft wieder schlecht für mich nein verdammt ich war schon dritter aufstehen weiter krabbeln es kann ja nicht gut ausgehen heilung im haus kann ich nicht rein na toll irgendwo heilung finden ich bin so gut wie tot noch lebe ich gib mir jemand den genanenschuss oder kriege ich irgendwo heilung kann ich mich irgendwo in ein haus rein verkriechen wo keiner reinkommt und in meinem letzten HP noch bis zum Ende überleben und dann doch noch Erster werden verstecke mich hinter einem Busch und dann bin ich tot jawohl beobachten ja nicht so so ja eine Stadtgarten verfällt in 60 Sekunden das war doch schon ganz gut das haben wir doch hier schon Platz 3 das war ich nicht das war ich nicht übel abholen kann auch mal eine gute Datik sein okay kann wir hier vielleicht neu starten match verlassen ja jungen ein Banner Symbol ungewöhnlich jetzt haben wir ein paar Belohnungen erhalten okay wollen wir noch eine schnelle Runde spielen zum Schluss noch ein match starten jetzt zum Ende verlässt mich das Glück dann werde ich sofort werde ich wieder sterbe ich wieder am Anfang mit ich bin es doch irgendwas die Waffen einzusammeln und es in der Hand halte kann ich es dann mitnehmen ins match okay das sind jetzt nicht die besten Waffen das habe ich schon gelernt die blauen sind besser ah ich kann sie ja sowieso nicht mitnehmen oder was ich glaube ich 55 53 von den grünen her mir wird schon geschossen im standwitschirm oder was da hole ich mal lieber ab ein 73 Schuss das scheint eine gute zu sein falls das hier schon irgendwas bringt siehst du abzubandern mhm ich war von dem war wahrscheinlich eh nicht mit ok eine schöne Mittelfeld russ springen schlecht Idee wo die meisten hingehen ich bin an der Stadtrand hier schnapp ich mir wieder ein Auto und hau ab Battle Pass Leberaufstieg 3 ok das ist doch bestimmt ein Auto ich sehe da schon eins ich sehe da schon eins dann stelle jemand abhauen Frau am Steuer ja so going let's go falsch Richtung da sind Leute abhauen 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 obhauen mit einem schönen türkisen Auto ohne Treibstoff sehr schön taxi hat eine kralle na toll aber mit kuh kann ich bauen wenn ich das zeug das müsstest man abbauen aha verstehe beim abbauen kann ich mich jetzt schutzdinger errichten auto ab durch die nutzer weg mit mir killer ali ok kommen wir direkt auf hinzu das ist ja die beste taktik Ein bisschen rechter Tank noch, sagte er, klingende Tank, Alter. Weg damit. Das Auto. Reife aus. Natürlich fahre ich gerade direkt auf die anderen zu. Unterbrücker. Mein pinker Auto. PKB, KW. Und Rast-Shatter. Das ist bestimmt eine Waffe für mich. Wäre bestimmt nicht verkehrt, hier mal noch eine Waffe zu gucken. Hallöchen. Mein Spieler. Ein Schusswaffe. Das ist doch ein Fehler. Oh, ein Bogen. Töten wäre mal eine gute Sache. Oh, ein 41 Schuss. Das ist eine normale Waffe. Mal hin, kann ich mich mal verteidigen. Über die 150, okay. Steigen wir hier ein. Ach, eine Kralle. Noch eine Kralle. Back hier. Wieder in die Top Ten kommen. Vielleicht klingt mir das wieder, wenn ich abhauere. Mein Auto. Fahrzeug schaffe, klaue und abhauere. Beste Taktik bisher. Das mit dem Schießen und Leute erschießen. Mich verteidigen, das müsste ich noch üben. Und auch das bauen. Okay. Abfahrt. Ab durch Timidon. Und wenn ich Treibstoff. Ja, das ist... Bleibst du halt stehen. Erstmal weg hier. Das ist ein Auto. Das hat noch ein bisschen mehr Tank. Sehr schön. Nicht mit meinen Autos. Driving Simulator. Das ist mein Experiment hier. Kann man das überleben? Oh nein. Kann man das hier überleben, wenn man einfach abhaut? Da hinten ist... Okay, da hinten ist was. Müssen wir scheinbar hin. Da sind alle. Bis die tollen Waffen. drüben. Ich fahre jetzt irgendwann dorthin. Auch wenn ich unterwegs wahrscheinlich erschossen werde. von den Leuten hier zum Beispiel. Von den Leuten hier zum Beispiel. Ich bin aufgeregt. Weil durch ein... nur ein friedlicher Passant, der mal hier auch ein bisschen fahren will. Okay. Ist was zu sehen. Okay. Was gibt's hier? Das ist der Mittelpunkt des Sturms oder was? Abhauen. Durch den Fluss. Ich glaube hier fährt sonst keiner so sehr mit dem Auto rum, wie ich das tue. Ich glaube hier fährt sonst keiner so sehr mit dem Auto rum, wie ich das tue. Dann habe ich auch erst mal ein Schutzschild mit dem Auto. Das müsste erst mal zerstören. Erst auf 25 sind wir noch nicht, oder? Es sind noch mehr als 25 Tonnen. Wurden mir noch nicht angezeigt. Was finde ich Treibstoff? Nein. Ich finde hier einen Trecker. Trigger fahren. Nein. Ich werde angegriffen. Trigger fahren. Trigger fahren. Trigger fahren. Trigger fahren. Nein. Ich werde angegriffen. Ich bin im Arsch. Ich habe keine Heilung. Mess. Nein. Ich bin jetzt eh wahrscheinlich am Arsch. Ich habe auch nichts im Inventar. Okay. Der gewissen Trank, wo wir dort hin krabbeln können. Aber der Krabbeln war weg von. Egal. Kann mich irgendjemand erlösen. Oh. Der Top 25 immerhin. Okay. Da kann ich nicht mehr rein. Da kann ich nichts mehr aufheben. Dass ich nicht still bleibe. Ne. 24 Sekunden bin ich tot. Ich sterbe hier sowieso. Vielleicht töten die noch ein bisschen was. Aber. Ja. Ich gehe zum Sterben unter den Baum. Welche Platzierung bin ich? Irgendwas mit 25. So. Sehr schön. Na dann. Gut. Das war. Let's play Fortnite. Das geht natürlich noch weiter mit dem Morgen. Ne. April. April. Ich habe euch verschaukelt. Ich habe euch schon in den April geschickt. aber das war es wert. Drei kleine. Drei kleine. Drei schöne Parts. Hier. Klein waren sie nicht. Das werde ich schön. Das habe ich an einem Stück aufgenommen. Über eine Stunde habe ich jetzt aufgenommen. Zwischendurch bin ich mein Dritter gewohnt. Ich meine. Für so einen April Scherz war das doch gar nicht. War das doch gar nicht so schlecht. Ich dachte mir mal. Machst du mal einen Scherz. Let's play Fortnite. Ja. Ähm. War noch mal witzig. War noch mal lustig. Für. Ich werde das Spiel gleich wieder deinstallieren. Ich bin kein Fortnite Spieler. Auch wenn ich mal drei Dritter geworden bin. Und nicht unter den Top 3 war. Auf dem Treppchen. Ihr habt es jetzt in den letzten Runden gesehen. Ich werde dann doch relativ schnell getötet. Einmal hier für den Gig war es wert. Kommt nie wieder vor. Versprochen. Das war jetzt. Einmal. Netztest. Auf der Switch. Und jetzt hier. Drei Parts. Heute mal. April. April. Kommt er gut in den April rein. Da mich nach oben. Soll es euch irgendwie gefallen haben. Habt euch vielleicht trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Hat ja. War ja irgendwie. Platz 8 und Platz 3 haben wir geschafft. Ja. Ähm. Ja. Den vierten Part wird es dann natürlich nicht geben. Wäre das aussehen lassen als Platz 1, Platz 2, Platz 3 und so. Äh. Quatsch. Was wärs. Part 1, Part 2, Part 3. Ja. Ähm. Na dann. Der Job gibt es ja auch noch. Jut. Dann würde ich mal sagen. Lassen auch mal da neu sein. Und keinen weiteren Fortnite Part verpassen wollt. Ja. Nee. Spaß. Ab morgen wieder. Ab morgen wieder. Richtigen Zwang fürs Content. Ohne. Ohne Fortnite. Wollte nur so zum Spaß. Als April Scherz. Jut. Haben wir Credits. Ja. Gut. Credits. Bei Fortnite. Ja. Haut da rein. Bis dann. Und tschau. Pues. Ja. Cool. Jade. Fit in. 505. Jeγen, earthen. Sie Ricardo. Ich bin loncke. ucrofj어요. Speedo. Fyade in. απο Tata. Baie. ided. stomach. lawn DAVID. Vielen Dank.